und das bei weitem nicht so einfach für mich hier muss ich die Re-Skin ok, ab und zwei Knochenmüll können wir auch da oben sehen da oben oben können wir auch ein bisschen Pfeiler hier gestalten Kipi Bow hier gestalten gut, was war denn da? ich werde auch hier Rüstung weiß man nicht, wie Rüstungen hier gestalten oder? das muss man einfach pfeusern wie Rüstungen hier gestalten ok kommt, klackern wir die Sachen ran und da können wir hier noch komplett Rezept die Buchwerke durchschließen und da sieht man, was alles so Neues bei kommen aus ähm dort dort und ich glaube das andere so, nein, das habe ich schon gemacht und dort also gucken wir mal hier ok, andere Pfeiler weiß du mal nicht tun und Schleimsticker Pisten ja mit ähm 1,12 zu kochen ok ein Link das ist noch mal interessant ich muss gucken, wie ein Link hier gestalten könnte der Zauberbuch da wird man nicht angewiesen ok da muss ich mich mal einfach mal etwas rufen yesss gut das hast du mal auch gewissen dass er dabei ist das wollte ich schon und da holen wir einfach das Hau weg und dann drum ran ok ähm ja, mir noch wirklich viel, 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 viel neue Rezepte dabei gerufen ähm Ein Rezept, wo was da die abgänge. Ich meine, das war mit Sticky Piston. An Elasso, genau für Elasso zu machen. Was brauche ich für Elasso? Moment. Muss man tatsächlich an eine Minecraft Wiki gucken gehen. Minecraft Wiki. Und dann einfach ein wenig Elasso. Oder Leine. Leine. Ah, okay. Die müssen aus einem Vordem und einem Sticky Piston machen. Okay. Ah, wer ist da doch loben oder tatsächlich? Was ich glaube, komisch fand, er weiß noch nicht. Und nicht um. Also, das fand ich einfach dann Sticky Piston hier holen. Gibt mal dann umweisen. Ja, da weiß man auch wo landen. Hier weiß man dort um. Na, probieren wir mal so. Wo man die zwei Sachen holen. Okay. Wenn ich öffne dann. Gibt auch Waiseln. Ne, auch nicht. Ach, das. Entschuldigung. Okay. Whatever. Whatever. Tja, weiß man nicht alles. Und. Ich bin ein bisschen traurig von mir. Whatever. Okay. Dann haben wir dort. Nein. Dann haben wir hier. Langelore. Schienen. Dann. Und. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Mal gezappt. Okay. Oh. Oh. Oh, lol. Lol. Gibt auch so etwas. Okay. Nice. Alles, ich bin schon ein bisschen. Impressioniert. Aber. Bisschen. Impressioniert. Bisschen. Schon. Bisschen. Impressioniert. Was ist denn nicht. Ähm. Was ist denn nicht. Eventuell mit Lava. Kann ich. Einiger. Klang. Klang. Achschivierung machen. Was. Pass mal. Oh noch. Plus kann ich auch in. Ne, komm. Ich kann mich nicht. Achschivierung schnell mal mit Lava holen. Ich weiß ja nicht wie ich holen. Und komme mit Lava rum. Das ist relativ einfach. Also. Darum dran. Mir gibt es noch eine. Achschivierung. Das ist relativ einfach. Relativ einfach. Mir lösch. Was der Vergriff zieht. Einfach mal lösch. Da geht das schon. Okay. Up. 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 Okay. Mir noch relativ viel. Zu holen. Und hier noch gehen wir mal die komplett löscht. Warte mal. Dort ist alles geguckt. Und wir müssen hier noch gehen. Oh Mann. Dann haben wir die Herren. Mir krähen hier noch ein bisschen. Abzudecken. Einmal. Einmal. Einmal abzudecken. Kannst du denn einmal abzudecken? Einmal abzudecken. Und wir brauchen heute noch ein bisschen. Also. Oh ja. Hjohol. Bläder. Pischern. Truen. Toten. Gut. ST… Was hatten wir denn hier? Heute hatten wir die Toten? Heute hatten wir die Toten. Heute hatten wir die Toten. 6 Polfer, TNT, Musikbox, Truebox Beide sie haben aufgeschnitten Ansonstern als они знают Beide sie haben Lieber sie haben Beide sie haben ok und dann hatten wir hier auch schon beim ersten areal alles aufgegräst und da geht man dann noch bei den nächsten areal gehen und da wird dann noch hei, ab, holz und dann kommt zurück E-Moll, 2-Moll, ok, 3-Moll, ok, dann Rimm-Rom, ok, so gut schon, ok, mal tritt es halt bei, dann E-Moll, 2-Moll, 3-Moll, Feier-Moll, wie gesagt, die Rimm-Hunsch hier schon, die kommen auch, wenn ein Kerner drin, ja, heute die Sachen, die, die man schon tatsächlich gezielt, ganz einfach, weil sie tatsächlich auch Musik gemacht gehen, die dir kannst du eigentlich schon, wenn hier sitzen, die fangen schon mal an, und so, ok, dann, ähm, tolls, und da, da, und da, und da, und da, wie gesagt, das holt so aus wunderschön, aber, äh, ich fand nicht die überall, und übrigens muss, was mir, vier, siehst du mal da, im Gorn, und mal, hier schon rennt dir, wo fehlt, du, gott, kann man da noch montieren, hier wollen, ok, der Stuhl, in die, wo man nicht immer kommt, das sind wir einfach, wie man einfach der Toten, okay, ja, so, das ist ja mir einfach, wie man der Toten, wo er ab, so, mal heim, ein bisschen, ich hab's nicht, wenn man, am Anfang mal, um, mal abstuhren, wo nicht mehr, ok, das heißt, wo weiß man, wenn man, wo nicht tun, auch nicht, kommisch, du kannst auch nicht, auch nicht. Und ja ok. Da kann man tatsächlich einfach mal Falkalier schmeißen. Was könnte das trinken? Ja, ihr ist ein. Ja. Ok, da warst du mal und neigst, oh, schurt, 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 komm, wenn es jetzt beide Stick ist, komm, ah, geht auch, wenn es in Stick ist, dann einfach, so drüben, wie du aus, kurz, und so gehen wir hier nur, weil in Humalo aktuell nicht, weil auch nicht dort zu gehen, dort zu 100 Götz oder wie auch immer, gucken wir mal, wie ich dann ausgesagt, ja, wir können den Pentagon, da trifft sich gut.